So, na dann, jockeln wir mal da durch. Schauen wir mal, ob sie ja was sie aus dem Serverraum beweihen können. Ah, wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert mit der Tür. Oh, wie ist los? Eintritt Schwerelosigkeit. Na bitte. Na, schauen wir mal, ob was wir wirklich schaffen. Das sieht schlecht aus. Das wird wohl nichts mehr. Ah, shit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Huh. So, bei mir habe ich auch gedacht, dann wäre vielleicht die Investition in einen etwas größeren Lufttank nicht verkehrt. Alter, was ist denn hier los? Hier pfällt es auch ein schönes Mühlweg. So, meine Nase da. Was ist mit dir los? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh! Schnell weg! Bleib liegen, Junge! Oh! So, sag ich, doch noch so, Partner. Oh, da ist der Geier. Da ist der Geier. Oh Gott, das kann er auch nicht schön sehen. Oh! Scheiße! Okay, Stars-Modul. Stars-Station. Oh! Fuck, ey! Jetzt sind die Dinger auch schon in den komischen Containern drin, ey, toll. Ganz schau. So, dann würde ich doch mal sagen, wir pfeifen uns doch mal. Eins von den schönen Midi-Packs rein. Okay. Das ist ecker auf der Scheiße, wirklich. Dann investieren wir hier mal in Energieknoten und vertrauen wir den hier alles. 10,000 Credits. 10,000 Credits. Hier liegt das klar. 끝� Works. DER нев existier. Ja! Jawoll! Okay, mal probieren. Huh! Oh, dicker. Dicker. Kann ich das jetzt öffnen jetzt? Dicki! Dicki! Huh! Na, das war jetzt nicht ganz so pro. Aber so kennt das ja von mir. Ach, geh mal, da sind wir mal ein paar gewesen. So, okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt zu dem Puls. Aber ich würde mich kurz noch mal ein bisschen umschauen. Wer ist das jetzt hier getriggert? Wer für eine Rotze? Die Musik ist auf jeden Fall so was von... nervenzereinend schon wäre hier. Aber auf jeden Fall muss man sagen, macht die Impulsknarre eigentlich ziemlich viel Spaß irgendwie. Schlotzt halt so ein bisschen raus. Ist halt jetzt nicht so super strong. Aber... Dafür macht sie Spaß. Ach, schöne Sachen hier. Schöne Sachen, schöne Sachen. Ich kann hier nicht so richtig was mitnehmen. Was habe ich denn hier? Schema kann ich hier nicht einfach... Schade. Ich brauche da einen Shop. I need a shop. Tja, that's bad. Okay, gut. Wir gehen jetzt erstmal vorne ans Pult ran. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Oh, for real, alter. Oh, das war jetzt ja eine blöde. Ganz low wie den. Ganz low wie den. Oh, stopp dich dich an! Oh, stopp, stopp. Was ist denn totaler Zusammenhautzug hier? Ah, keine Ahnung. Letzte Zeit finde ich heiße. Warum kann ich denn hier nicht aufnehmen? Kau hier die Impulsprojektile raus und kann ich nicht aufnehmen? Das glaube ich nicht. Ignischen! Triebe werden gezündet. Sollte ich mich vielleicht von hier verpissen? Ach man. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geospat. Warte, warte. Wir sind noch nicht gesichert. Das Asteroiden-Abwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Aha, so, so. Okay. Bis. Na nur was da kämen. Isaac. Isaac. Wo bist du? Ich bin's. Mirkao ist. Mirkao is calling us. Was glaubst du, wer du bist? Junge Okay Let's go to the monorail station Kapitel 3 abgeschlossen Twinkle, twinkle in a star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky teu algod My mission is to have access to it This is my highest